übernimmt bei mir auch aber es gibt gerade die Sonne unter und nicht schon wieder jetzt ist die Musik aber ganz klar holen Wappen 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 die so und diese sollen gehen weil ich jetzt mal mit der Kälte das Bild war dann von wenn du es möchtest kannst du gerne anfangen also ist ja euch überlassen womit ihr anfangen was würdest du als erstes machen ich werde als erstes form kraft anfangen also wirst du ja jetzt erst mal für den anfang und dann werde ich mir so ja industrial kraft bild kraft ich habe eine frage wenn man das von nomikon oder wie das heißt benutzt und das einer gemacht hat können das dann alle benutzen oder das weiß ich wiederum nicht also bei mir und den freunden war das so weil der reinkam praktisch wenn nur einer dann das alles erforschen müssen man dann zusammen schmeißt ja vor allem hier die theorie von allem die ist ja wirklich ein bisschen teuer um überhaupt mal bessere sachen herstellen zu können so der weg nach hause ist aber ernsthaft lang ich glaube ich hätte ich gern den baum gefunden er will ich nicht viele äste haben weißt du was ich mein nö hier ist wer hochgegangen bist du schon mal gestorben okay dann ist hier vorhin oder gestern der andere mal gestorben weil hier sind creeper loch unterliegen smaragd items in der gegend verstreut okay also ich habe mir ich habe irgendwie angewohnheit aber kaum ich war normalerweise oft deswegen deswegen wundert es mich dass ich noch nicht gestorben bin ach so ja ich habe die angewohnheit er und ich verwecken gar nicht beim anfang geht er und mal alles in der aber immer dann wenn man richtig viel hat mir da wird zum Beispiel das kennt jeder den steckt bei mir privat auch immer die Morgänge und die Inventory aufgrund m auf zu erledigt das inventar cheater cheater auf und noch auf ja ja ich bin noch auf jetzt nicht mich verfolgt ernsthaft die ganze horn bullshit ja genau rennen wir doch gleich in die arme jetzt gestern 9 9 gut du wirst stresst dann bekommst du stress dass das skelett ja genau ich hab kein die weg ist klar ist in ordnung kommen noch einmal drei stück so holz das gehört zu holz hat noch holz umrandung habe ich nicht pflanzen habe ich dass das blut kommen erst mal die bienen und alles mit rein kohle gehört dazu dass da ganz viele bäume gefunden in dem wald in der freien fläche das ist lud das ist fuß und nicht das so eine nähe eines walds erledigt ab und den drücken bald hh Lutz es ist so nicht als gut jetzt sollten Konzept das fehlt mir jetzt eigentlich noch ich hab ich hab alles ich kann die Skorrennur zu machen und so ein Spaltern an so Junkie es ist nicht Jockey No one cares Jeder hast du bis jetzt? Äh, weiß ich nicht Ich guck mal kurz Gar keins Cool, ich hab schon 13 Kannst du mir 4 abdrücken? Äh, wir wollen ja das so, ich denke mal gemeinsam machen Also, würde ich sagen, du machst irgendwie ein Chantentable, wenn das für dich okay ist Und ich Ich brauche das, äh, Leder, nämlich für Formcraft, deswegen So, okay Gar keinsamt Weil für drei Bücher, für das Bücherregal Achso, stimmt, ja, das von den Minutes will machen Na klar, kann keinsamt Ich komm aber lieber nicht in der Nacht So, ich renne hier ohne Rüstung raus und rum Also, kann ich verschliffen Na, ups Mein Minium Stone, komm, das gehört jetzt Erst einmal alles zu tun Du gehörst noch zu Von mir, du hast den mit Plantagenbaum, oder? Doch, irgendwann schon Ich hab halt noch keine konkreten Pläne Mit Plantagen, komm, den Bollenbaum So, ne, du gehörst da nicht hin Nein, jetzt hab ich das Falsche rausgenommen Wer ist nämlich da hin Minerals Ich kann schon wieder nicht reden Was ist das, du bist ein Tool So, delay Ich brauch Papier Ganz viel Papier Du gehörst dann gar nicht hier rein Wieso bist du da drin Du bist gar kein zu essen Du kommst eigentlich hier bei Pflanzen rein Ich brauch nochmal mein Minium Stone Kann man die Dinger eigentlich in irgendwas umwandeln? Nö Muss man aber auch nicht So, zack Aga, ich hab schon acht Zappelands Schön für dich So Und, nee, da geh ich jetzt erstmal nicht runter Was, sofort Tools Papier kommt jetzt erstmal da rein Pflanzen Ich bin nur 1000 Meter knapp von zuhause entfernt Du Ich bin zuhause Ah, cool Ach, jetzt hab ich die Ich bin eine Porte ganz praktisch Deswegen Ich hab sie Aber du schon hinterherstelle in der Kiste gefunden hast Ja Und Darf ich Darf du Wo hast du die Käste eigentlich gefunden? Direkt nebenan auf dem Berg Also Neben meinem Haus Achso, ja, ich weiß wo Nö Da ist die Turtle Huh Hallo Ist da wer außer der Creeper da? Ja, und's gelärt Das ist wirklich denn die Angewohnung kaum zu sterben Ich hab gerade nur einfach nur großes Glück Da muss ich kaum verraten Ich bin hier auch ganz froh drüber Ja, ganz so froh drüber sein So, hm, na, was machen wir jetzt? Ich brauche ja, wie gesagt Das Leder Ähm, wie kann man mehr, ähm Rubber aus wie Steak Ähm Ganz einfach, dafür brauchst du so'n Wie heißt es? Zapfen Ich weiß nicht, wie das jetzt auf Englisch heißt Ähm Musst du dir aus Holz bauen Und dann mit Rechtsklick auf so'n Feld gehen Ja, genau, Tree Type Damit halt Okay Ich hab die Bäume jetzt einfach abgeholzt Ores So, ich will da Boah, gut Das Schöne ist, die Bäume, die tragen immer wieder Boah, 2805 Volume Minerals Zack, 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 zack Loot Zack, zack Mining Turtle kommt zu Tools Spitzhacke Ich guck mal kurz, ob er dann das Leder schon in der Äh, Kiste hat Oder nicht Leder Bringen wir dann auch gleich mal eben ein bisschen Leder vorbei Okay, danke Ich wollte grad bei dir in die Kisten gucken Ne, ne, ich hab's bei mir, weil ich ja auch gerade selber auch erkommst Okay Dann mach mal hinne Ich brauch das Wahnsinn, nass Ähm Ähm Hm 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 Die muss ich jetzt erstmal nicht vergrößern Aber ich könnte mal mit einem Enchantmentable Anfangen Anfangen Haben die Aufnahme auch so ein Server eigentlich mehr Spaß, oder? Es ist halt, zur Zeit angenehm Wenn jemand auch mit TS3 dann ist Boah Hat man halt nen Gesprächspartner Ich muss hier unten unbedingt vorsorgen Da hab ich auch schon eine Idee wie Äh, mir ist aufgefallen, ich hab heute noch keinen Cut gemacht Muss ich auch noch machen Muss hier die Professionalität haben Cut 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 Jetzt einfach mal 3 Cut hintereinander setzen Du, Sau, du Da vorne sind noch mehr Kür Das wollte ich jetzt machen Papier Ein Papierbarrel, genau Da ist dann noch ein bisschen dauernd, wenn ich Kür finde Mh Falsch Nein So Ich brauche Und 24 Ich sag dazu gar nichts mehr Er auch nicht Das ist gut So Ein Barrel Was das Schöne ist, man kriegt dadurch auch gleichzeitig noch Essen Jep Deswegen finde ich Kühe auch irgendwie am besten Kühe und Chicken Ah, ich bin mal gespannt, wie die Tiere immer einverwächst werden Mir ist gerade ernsthaft nicht das Wort Hühnchen eingefallen Ich musste gerade ernsthaft nochmal gucken, wie das Wort heißt Du auch? Äh, wie bitte? Äh, wie die Tiere in 1,2 6 werden Ja Erde Darauf freue ich mich auf jeden Fall schon sehr Dort Damit wird man sich vertrieben schnell Und wir mal Wann das wird noch einfallen lassen Ich hoffe mal vieles So, wir arbeiten mit dem Der Mod ist so nicht geil Diesmäßig selber, dass der Mod geil ist Wow, oder? Jeter? Der Mod Rager Mod Ja Ja Ich habe noch kein Wort verstanden Aber auch in Ordnung Irgendwie Entweder liegt es an der Musik Entweder liegt es an der Musik Oder es liegt einfach nur an mir Dass ich die Akustik nicht verstehe Hier ist noch Kohle drin Oh, Stein Wieso ist ein Stein? Nein Ich frage gar nicht erst Mach mal, ich habe Holz Ich bin jetzt wieder bei Hier gleich im Haus Genau Tag Danke Öh Ach das Papier ist unten Okay Okay Ich brauche Das da Ich wollte nämlich ja noch einen Barrel machen Tag Barrel Tag Ich habe so viel Gravel Kann ich gleich einen Gravel Barrel machen So Okay Äh Das Zeug war unten Da Komm mal her So Du kommst jetzt mal her du Und ich habe zu wenig Holz Komm Nein Äh Das gilt dann nicht Aber ich mache jetzt erstmal die Bücher Zeig So Die drei Bücher haben wir Tools Wollen wir die Tools? Da haben wir die Tools Kann ich mir kurz mal deinen Stone of Minion holen? Äh Ja, darfst du Ou Wie Vielen Dank.